Du hast die Lernbox Es brennt. Was nun? gewählt. Hier zeigen wir dir, wie du dich verhalten musst, wenn es brennt. Rosi fragt sich, wie sie sich am besten verhalten soll, wenn es brennt. Ruhig bleiben. Das allerwichtigste ist, dass du Ruhe bewahrst. Wenn du ruhig bleibst, dann kannst du besser die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn du ein Feuer entdeckst oder aus der Entfernung siehst, dann meldest du sofort den Brand anderen Leuten. Rufe die Feuerwehr an. Die Telefonnummer ist immer 112. Nenne deinen Namen und den Ort, wo du gerade bist. Die Feuerwehr stellt dir nun ein paar Fragen, zum Beispiel, wo brennt es? Beantworte alle Fragen. Siehst du noch andere Leute in der Nähe? Oder kennst du Menschen, die sich noch im Haus befinden? Dann versuche, diese Menschen zu warnen oder ihnen zu helfen. Jetzt musst du dich in Sicherheit bringen. Siehst du solche grünen Schilder? Sie zeigen dir den Fluchtweg an. Folge den Schildern und gehe in die Richtung des Pfeils. Gehe zu einem Sammelplatz. Einen Sammelplatz erkennst du an diesem Zeichen. Am Sammelplatz sind auch andere Menschen, die vor dem Feuer geflüchtet sind. Bleibe dort und warte auf Anweisungen. Zum Beispiel von deinen Betreuern, Fachkräften oder von der Feuerwehr. Achtung, hier spricht die Feuerwehr. Zum Schluss fragt Rosi ihren Freund Sven. Sven ist Feuerwehrmann und erklärt nochmal genau, worauf Rosi achten muss, wenn es brennt. Dann solltest du Ruhe bewahren, dann die Feuerwehr über die 112 anrufen, dann gucken, ob noch wer Hilfe braucht und dann halt das Gebäude oder das Haus verlassen. Zusammenfassung. Wie verhältst du dich, wenn es brennt? Bleibe ruhig. Rufe die 112 an und melde das Feuer. Warne andere Menschen in deiner Umgebung und versuche anderen zu helfen. Folge den Fluchtwegschildern und suche den Sammelplatz auf. Das war die Lernbox. Es brennt. Was nun?